Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. So, wir machen uns wieder auf den Weg. Da sind wir uns eine schöne Baffe hier. Fass mal alles verstauen. So, wir sehen, was wir jetzt noch alles so schön einsammeln. Und was uns die neue Kiste sagt. Ich bin schon gespannt. Ganz gut, dann muss ich wieder nächste Tour wieder ganz gut sammeln. Das muss eigentlich auch weg, sonst verlieren wir das wieder. So, das können wir mampfen. So. Essen haben wir überhaupt essen? Ja, wir haben wohl noch gegessen. Wir haben wohl noch gegessen. So. So. Wieso klappt das hier nicht? Verwenden, oder? Nein. Wieso auch immer? So. Okay. Dann machen wir es mal wieder genug. Und so, den habe ich auch. Und so, Schrot. Was soll man denn hier erstmal rumfliegen? Gucken wir erstmal mal uns hier ein bisschen um. Schuss haben wir hier Bastelball spielen. Fußball kann man hier spielen. Ja, wie geil. So. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Sieht schon ganz anders aus als vorher. So, was haben wir denn hier? Das ist Münzdinge. Und denn hier? Holz. Sieht jetzt ein bisschen sehr komisch aus. Hier haben wir... Ah, Kolben. Raum, Holz. Das ist ein Kohlestück. Das ist, was wir nicht brauchen. Wir brauchen dieses Säuremittel. Gucken wir hier durch die Tür. Okay. Dann gehen wir uns mal umgucken. Ich weiß nicht, ob ich die Kiste mitnehmen soll. Ja. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da liegt wieder so ein Ding. Aber ich habe keinen Platz. Da liegt noch kein Platz. Ich muss den eigenen Schienen steigen. Da haben wir dann so viel. Eine Schraube brauchen wir. Eine Schraube. Haben wir das denn? Müssen wir da eigentlich haben, ne? Müssen wir haben. So. Dann bauen wir das hier vorhin, wenn das klappt. So. So. Kann ich den nicht hier bauen. Alles voll. Ich glaube, das war's mit den Dingern. Okay. Okay. Mal leider nicht mehr bauen. Und was bist du denn bei einer? Ich bin grüner. Endstoffkosten. Dann gehen wir mal los. Dann gehen wir mal los. Was haben wir denn hier oben noch alles? Was haben wir denn hier oben noch alles? Was ist denn hier? Damals. Ich muss da jetzt zurück. Ah, komm. Ah, komm, Mädels. war ich nicht schnell genug es Okay. Okay, da war noch einer. Ja. Ich hoffe, dass es jetzt nicht weg ist. Ich kann das wieder neu basteln. Ja. Ich weiß, wo wir mit sind. Ja. ok muss es jedenfalls neu basteln ich glaube nicht dass ich hier meinen Enterhang wieder finden würde das sind nur noch mehr hier da ist jedenfalls noch einer der hat aber zu sau sehend gute Waffe noch mal sehen so gibt es die nicht so jetzt gucken wir mal noch meinen Enter dann hmm wenn nicht dass er schon wieder weg ist das legt mich schon wieder auf gut dass man den relativ gut bauen kann das kaputt machen scheint wieder kaputt zu sein und wir haben alles platt gemacht also nicht so schlecht gucken wir mal schnell bei den zwei Waffen was man machen kann so Waffenbank mal hier muss die erstmal nicht so lange ne nicht schon das Und hier Das ist irgendwie nix Okay So, jetzt die an Yes Wo man die leere Kiste hier So Und so kann man auch keinen mehr Können wir uns ja da versuchen So einen Zug 2 zu basteln Oder auch einiges Okay Jetzt machen wir da zum Schluss Nee, ich will kein Garten Will das hier haben Mal sehen, ob wir alles jetzt hier Prohe weiterfahren Mal alles gebaut kriegen So einen Rucksack So Ich kann mir hier noch die ganzen Teile mitnehmen Um vielleicht meine Waffen ein bisschen zu verbessern Mal hier Okay Liegt Platz Okay Gucken wir uns jetzt mal die Waffen an Die habe ich dabei Die habe ich dabei Das kann ich hier noch verbessern Dann Würden wir eigentlich alles haben Und hier noch was vor Hau besser Nee Okay 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 Hm 146 noch gar nicht eingesammelt so 127 146 148 148 148 148 158 Das ist ne schnelle Gang, ne? Ah, da kann ich die eigentlich weghauen. Kann ich die ausbauen. Das rausbauen. So, haben wir hier was Gutes drin? Na. Okay, dann schmeißen wir die weg. Wieder da liegen lassen. Okay. So. So. Spider-7 und 2, ne? Ja. Okay. Hm. Die behalten wir. Ich schmeiß mal weg. Äh, so. Beide, beide sollen munizieren. So. Vielleicht finden wir noch ne andere war. So. Die liegen hier bestimmt noch rum, ne? Lieber hin. Doch nicht mal. Was war das für einer? Das ist auch so eine. Ja. Das ist auch so eine. Ja. Aber welche? Der hat 104. Die selbe Munition. Hm. Okay. Und das mit dir jetzt. Nehmen wir die zwei mit. So. Okay. Hier ist nix mehr. Gut. Jetzt hab ich dabei. Ja. Wir haben einen Pilz. Was war das eine jetzt? Was ist das? Kann man nicht. Aber ein Pilz. Sehr gut. Ich muss jetzt so keinen Wolkener suchen. Wo ist denn beim bunter Wolkener? Da sind ja jetzt alle hier draußen irgendwie. Oder liegen die auf ihren Kisten? Und der neue? Nee dann. Nee, kochen brauchen wir nicht. Äh. äh, ein bisschen andere, wo sind die anderen? grüner, das ist mal ein bunter, hier ja, Mann, Kürsten, äh, Gegenstand geben neuer Deko neuer Deko, komm brauchen wir dafür sehr perfekt jetzt benutzt schrauben ok, dann gehen wir mal schnell schrauben machen oh, sieht geil aus schrauben wir haben ja keine eisen, wir haben ja keine keine eisen, ok ja, das kann so 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 gebe mir her danke schön so so da machen wir noch ein bisschen Deko sonst fehlt er mehr eisen sonst fehlt mehr eisen ach man hab ich nicht gesagt, ich hab immer eisenproblem immer eisenproblem ja 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 aber ich weiß, was da drin ist noch sehr lange so machen wir mal die letzte Deko dran so so haben wir das auch erledigt so das haben wir nix mehr was ich glaube da habe ich doch alles schon ja das wollte ich gebaut haben stimmt was haben wir da ok, das müssten wir eigentlich auch hinkriegen bauen wir das jetzt was soll das sein muss man da nicht erst einen Waggon den ich verbessert ich bin ich werde das machen aber das sehen wir in der nächsten folge dann werde ich schon mal die sache produzieren so dass wir das bauen können und bis dann tja